Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Bird of Play. Ich bin der Hannes und natürlich ist wieder Lutz bei mir. Ich hab eben gedacht, du sagst, ich bin der Lutz. Alter, scheiße, ey, ist das komisch, wenn ich nicht die Antwort mache. Leute, heute reagieren wir auf ShipChat Steamrunner-Klasse von VenomGeek. Aus dem ganz einfachen Grund, ich finde, die Steamrunner-Klasse ist ein ziemlich interessanter Einblick, wie VenomGeek mit Applativer, Höhenpanzerung, nicht wirklich Höhenmaterial umgeht. Was auch nochmal eine zentrale Rolle in Lunas Storyfining auf Föderationsseite angeht. Ja, Hannes, jederzeit. Und das Video ist immer noch nicht aus der Zeit, wo ich ihn unterstützt habe. Okay, heute sind wir jetzt die Steamrunner-Klasse. Its behind-the-scenes explanation ist wirklich ganz einfach. Es war ein First Contact-Ship, designed by Alex Jäger. Apparently, für den Namen, er war inspiriert von der Band Foldzandura. Never heard of them, aber okay, er ist natürlich ein bisschen ein Fan. Er hat sich wohl eher ein Locomotiv-Design, ein bisschen Automotive-Design. Hat er gerade gesagt, die ist inspiriert von Locomotiven? Ja, keine Ahnung, ich hab's jetzt auch nicht gesagt. Was bedeutet Locomotive auf Englisch? Weil das ist ja jetzt wirklich interessant. Ich seh's nicht. Da wünschte ich mir glatt, ich hätte meine Igemos-Zeitschriften schon hier. Weil ich geb zu, ich hab die Steamrunner mir nie durchgelesen. Locomotive heißt Locomotive, ja. Okay, das eben, das Konzept-Art davor mit den vier Warp-Gondeln, kein da. Aber die Steamrunner hier jetzt? Ich finde gerade, das Seitenprofil von diesem Konzept-Art hat eher was Nova-mäßiges. Ja, absolut. Locomotive. Das ist, also ich jetzt mal ohne Witz, dieses Konzept-Art finde ich sehr interessant. Als irgendein futuristisches Föderationsraumschiff. So 25. bis 26. Jahrhundert drum. Stimmt. Müsst du ein bisschen die Steamrunner rausmachen, vielleicht ein bisschen mehr Oli-See rein. Das könntest du wirklich, das wäre wirklich was für's, so ohne Scheiß jetzt. Es ist auch ziemlich interessant, aber dieser ist sicherlich uniech und unterschiedlich. Obwohl ich auch sehr mag den, der hat, dass es quasi das gleiche Setup ist. Aber das Deflektor-Disch-Module ist auf der Bühne. Also hat es so ein bisschen wie eine Röcke-Karte. Hat aber auch wieder was Norway-mäßiges. Ja, das sollte die wahrscheinlich ein bisschen mehr der Norway ähneln, auch in dem Stadium. Aber guck mal auf die Daten, da sind fast zwei Wochen dazwischen vorgangen. Das davor hat gerade 25.03. gesagt und jetzt sind wir beim 4.04. Ah, krass. Das bedeutet, diese ganzen Konzept-Arts haben bald geworzt. In that respect. The model was then built by Larry Tan and Paul Thoren. The same model was then reused but re-rendered in Lightwave 3D for obviously Deep Space Nine. It then apparently also appears in Stormfront Part 2 in that fleet at the end. Can't say I ever noticed it, but okay. And then it was re-rendered for its appearance in Eagle Moss. Ganz kurz. Which is the one we currently... Das, was er jetzt eben gesagt hat. Ja, tatsächlich, warum auch immer, gibt es eine Steam-Runner-Klasse in Stormfront Part 2, wenn die Enterprise aus dem Zweiten Weltkrieg wieder in 22 Jahrhundert fliegt. Die ist, wenn ihr danach gucken wollt, ganz rechts außen. Ja. Fragt mich nicht warum, aber da ist eine Steam-Runner drin. Kann ich dir nachher mal zeigen, Hannes? Okay, sehr gerne. Das hat mich auch geschockt. Aber was ich jetzt gerade wirklich wahnsinnig interessant finde, das ist wirklich das selbe Schiff wie in First Contact, bloß anders gerendert. Heilige Mutter war das Programm davor bescheiden. Guck dir das mal an, das ist viel, viel besser gerendert. Also wirklich nicht so pixelig wie die First Contact Variante. Hmm. Hmm. ...we currently have today. Now, I'll just get out two issues I kind of have with the design. One is personal. Personal issue is the... So, like I say, I really liked it when they had the basically dorsal mounting of the Deflect Edition. It sweeps back like a rocket car. Very retro, very cool. But that's not what they went with. They obviously went with the other design, with it sort of hanging underneath like a gondola. Which is fine. I don't mind that so much. But they keep the sweep. So the pylons sweep backwards. And it doesn't really flow with the shape. It just kind of drags the ship's profile out. I see, what's that mean. Unnecessarily, frankly. There's no need to. It's a little thing, but it just feels a little bit in a position. I would have much preferred to have seen a delta sweep, you know. So an obtuse angle in the pylons, between the pylons and the nacelles that connect to them. We would instead, if it was swept forward, have a acute angle. And I think that would work much better. I think it's just a little different. But I feel like it would help with the design. Because a lot of people do say it's a bit of an odd design. And I think just a little change like that, changing the angles, does help. So that's the first half. The other half is also, there's a little bit of uncertainty as to where the warp core is. It's either in the primary hull, or it's back in the, basically, the deflector dish section. And much like some other ships, you have to go through the nacelles in order to get to it. Now, I don't hate this colossally, because I can definitely see you putting, like, a, you know, turbo lift section just kind of on top of the nacelles. Bear in mind, the nacelles are in armored housings anyway. So there's enough additional space there to put a transit system. It would be a bit efficient, but ... Das Hauptproblem ist halt wirklich simpel, schlicht und ergreifend bei der Steamrunner, du hast hier quasi drei Module. Einmal die Warp-Gondeln, einmal das Modul, wo der Deflector hinten dran hängt und dann halt die Untertasse. Und dadurch, dass die Warp-Gondeln so integriert sind in das Untertassenmodul und in das Deflector-Modul, ist wirklich die Frage, wo zum Elfenbumsgeier geht da der Turbolift durch? Durch die Warp-Gondeln? Da wirst du aber schön geröstet. Ah, schwierig. Ja, du siehst es hier gerade ganz gut auf dem MSD, wie die das gelöst haben, einfach oben drüber und dann unten durch. Ja, das ist, glaube ich, auch das Einzige, wo ich das sehe, dass quasi so ein kleiner Steg an der äußersten Kante von der Warp-Gondeln lang geht. Das Problem ist aber, seien wir mal ganz offen und ehrlich, wenn die Warp-Gondeln dann getroffen wird und quasi der Turbolift-Schacht reißt, ja, super, wie willst du dann Verstärkungen unten in das Deflector-Modul kriegen? Ich sehe es nicht. Ja, könnte man auch Ort-zu-Ort-Transport machen. Das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, da gebe ich dir recht. Aber ja, von dem Standpunkt ist das Design schon ein bisschen... Ja, deswegen mag ich mittlerweile halt auch die Norway etwas mehr als die Steamrunner. Die Steamrunner ist ein bisschen zu anders. Die ganze eigentlich, weißt du, wo die Steamrunner gut passen würde? Mhm. 32. Jahrhundert. Dort gibt es keine Turbolüfte oder wären die so... Stimmt, stimmt. Da ist ja bloß noch Ort-zu-Ort-Transport. Und wenn ich mir dann vorstelle, das Ding ist so groß wie in der Enterprise-Jot, wo auch schon Doug Drexler damals gesagt hat, dass die das Schiff durchbeamen... Ja, ja, du hast recht. Das ist der Maschinenraum hinten mit drin ist okay, ja, klar. Hätte ich auch gesagt. Du hast vorne quasi die Hauptwaffenmodule, die Kommandozentrale und den Shuttle-Hangar. Dass der Maschinenraum hinten im Deflektor-Modul drin ist, ist logisch. Das ist halt auch das Problem. Sobald die Steamrunner aber so getroffen wird, weil halt auch die ganzen Quartiere vorne in der Untertasse drin sind, sobald dieser verdammte Torboschach gerissen ist, ups. Schwierig, da musst du nur noch hoffen, dass das noch der Transporter geht. Ja. Ja, wenn er nicht mehr geht, dann... Einfach ein Band im Chip. Einfach ein Band im Chip. Weißt du, was witzig wäre, wenn die da hinten noch so einen Mini-Shuttle-Hangar hätten, wo du dann einfach in den Shuttle gehst und dann mit dem Shuttle hinten in das Modul reinfliegst. Ach, du heiliger. Umständlich! Perfekt. ...rest of the ship, and where, you know, even if it does get blown up, even if they do lose containment, you've got enough safety systems involved to preserve the rest of the ship. Now that basically brings us to the in-universe vessel. Das sieht so komisch aus. So, it was designed as an anti-Borg ship, and that is really the underpinning philosophy behind its design. It is, you know, everything's broken up, sort of separated, compartmentalized, additional safety features, you know, because they know that you're going to get those Borg cutting beams, and they're going to try and cut you open and break up your ship. And by having a more compartmentalized design, you prevent them from doing catastrophic damage, because they can just, you know, once the shields are down, the Borg can just straight laser your warp core, and it's bye-bye the boys. So, that's one aspect. You also have the fact that it is built as a close-range brawler. So, while other ships like the Akira and Norway are hanging at long range and bombarding the cube from afar, this is getting right up and close, and really, basically drawing the attention of the cube. And this is intentional, much like the Defiant. They're there to draw the attention of the cube and keep it, you know, running around circles, trying to tractor beam them. Now, obviously, it's much larger and heavier than the Defiant. This is essentially a heavy frigate. In terms of its roll, in its anti-Borg capacity, it's very similar. And, of course, in service of that, much like the Defiant, which had very heavy ablative armor, which was possible because the Defiant is a small ship, this also had a very heavy ablative armor. Das ist dieser Punkt, wo ich Venomgeek sehr, sehr dankbar bin. Ich hatte damals, als ich meine Videos über die Anti-Borg-Task-Course gemacht habe, mir immer wieder die Frage gestellt, wo ist eigentlich die ablative Höhenpanzerung? Oder Höhenligierung, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Die war nicht existent. Die war so nicht beschrieben in keiner der Guides, die ich zur Verfügung hatte. Das Ding ist aber, es macht keinen Sinn, wenn du diese Technologie schon entwickelt hast, sie nicht anderen Schiffen auch zu geben. Vor allen Dingen, wenn die für den Kampf gegen die Burg ausgelegt sind. Ich glaube, richtig im Kanon haben nur zwei Schiffe ablative Höhenpanzerung, das ist die Defiant. Ablative Höhenligierung. Die Defiant und die Prometheus. Nicht einmal die Sovereign. Das ist so merkwürdig. Und ich finde die Erklärung von Venom Geek jetzt auch nicht schlecht. Er beschreibt zum Beispiel bei der Akira, dass bloß bestimmte Sektionen des Schiffes von ablativem Höhenmaterial geschützt sind. Okay, sehe ich ein. Und du hast dann halt diese schweren gepanzerten Raumschiffe wie die Steamrunner und die Defiant. Okay, er gibt uns eine Erklärung dafür, warum nur so wenige Schiffe überhaupt auf eine ablative Höhenpanzerung haben. Das ist, finde ich, mega. Ja, aber bei einer Sovereign würde ich auch sagen, das ist einfach das ganze Schiff. Eigentlich. Weil das sind ja die Flaggschiffe quasi. Auf jeden Fall. Aber ich kann mich noch daran erinnern, damals, als wir uns über die Sovereign innerhalb von Luna-Story unterhalten haben, da haben wir, glaube ich, auch schon mal die Steamrunner geguckt. Wenn mich jetzt nicht alles täuschen, da haben wir uns ja auch drauf geeinigt, dass so diese dunkleren Stellen, vor allen Dingen bei der Nemesis-Enterprise-E, dass das quasi die Sektionen sind, wo auf jeden Fall ablative Höhenpanzerung ist oder ablatives Höhenmaterial. Ja. Ja. Wie gesagt, ich kann mir das jetzt vorstellen, dass die Föderation vielleicht tatsächlich Probleme hat, einfach auf der Größe von der Sovereign-Klasse ablatives Höhenmaterial effektiv einzusetzen. Weil die Steamrunner ist immer noch ein relativ kleines Raumschiff, die kannst du relativ gut panzern, die Define sowieso. Ja. Äh, okay. Aber du hast schon recht, die muss auf jeden Fall ablativ geschützt sein. Es macht einfach keinen Sinn, wenn sie es nicht wäre. Das Ding ist aber, auf der Größe das zu schieben, das ist auch ein bisschen weird, weil dann würde ja quasi die ablative Höhen, die Gierung oder Panzerung, wie auch immer, ja ganz anders funktionieren, als wie es in der Serie beschrieben ist. Ja. Ja, vor allen Dingen durch Replikatoren. Ich meine, eine der Anforderungen an ein neues Höhenmaterial wäre bestimmt, dass es replizierbar ist. Ja. Deswegen, das ist halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig, da eine logische Erklärung für zu finden, warum die Kiles da nichts zu sagen. Ich kann mich noch an Law Reloaded erinnern, der in seinem Video über die Sauron gesagt hat, ich hätte schwören können, es stand in irgendeinem Guidebook was dazu drin, aber ich hab's nicht wieder gefunden. Und so geht mir das halt auch ganz besonders mit der Sauron. Mhm. Ja. Das koste so schnell anstrengend. to break through. Energy weapons, that includes Borg, cutting beams, they're gonna struggle. Very tough. Now it is very tough, but on the other hand, it is comparatively lightly armoured. I suppose not when you take into account that it is only a frigate and not a cruiser, as it is often mischaracterised. It only has six phasers and they're quite small strips. And two photon torpedo launchers at the front. It's quite a modest armament. But that belies what it's really there to do. While it's only a handful of firing points, the goal of the steamrunner is not to win fights. It's to keep going through a fight. It's to hang in the fight. It's to draw it out. Make it last longer. Distract the enemy. Sucker them in. And that's what the steamrunner can really do. It has additional capacitors for its phaser banks. And it also has and a far larger torpedo magazine than normal. So it means it can keep fighting after most ships just exhaust their ammunition supply, which is quite handy. So it can get into a fight and really hang in there longer. And that's really where its Dominion War role comes in. Der soll einfach bloß nerven. Ja, aber hä? Ja gut, aber die phaserleerschießen kannst du ja nicht mehr, glaube ich. Vor allen Dingen nicht, wenn du noch zusätzliche Kapazituren hast. Das ist, das ist, ich finde diese Beschreiber extrem geil, die Venom League, der Steamrunner einfach gibt, das Ding steht da und es ballert und es ballert und es ballert und du kannst effektiv nichts dagegen tun. Vor allen Dingen nicht als Cardi. Nee, als Cardi sowieso nicht. Das Ding ist eigentlich frech. Ja, aber phaserleerschießen ja in TOS, da ging das. Das weiß man. Aber ich denke mal, zu Zeiten von... Ja und nein. Also ich denke mal, wenn du nicht auf Maximum gehst, dann wirst du eine recht hohe phaser-Kapazität haben. Wenn du allerdings auf Maximum gehst, kann ich mir das vorstellen. Ich denke, die Differen der O-Phaser-Batterien Ja stimmt. In a broadside exchange. And even packs of these would be pretty difficult opponents for a Jem'Hadar battlecruiser. They'd much prefer to go around them because they're just these rock-solid wedges of armor. I mean that does bring into another. Ich finde das gerade ironisch, dass wir uns eben gerade noch über den Jem'Hadar Schlagkreuzer unterhalten haben. Ja. Wir haben nämlich eben schon gerätselt, wie stark ist eigentlich so ein Jem'Hadar Schlagkreuzer. Ich habe gesagt, wahrscheinlich stärker als eine Galaxy-Klasse, einfach weil er maniwrierfähiger sein wird, aber noch nicht so stark wie eine Sovereign, einfach weil die Sovereign besser bewaffnet sein wird. Dominion-Waffen sind zwar auf Föderationslevel, aber ich habe halt gesagt, Quantentorpedos, das ist einfach so eine Waffe. Da wirst du als Jem'Hadar nichts wirklich gegen machen können. Und ja, die Steamrunner, mehrere Steamrunners, selbst für einen Jem'Hadar, uff, uff, das wird ein langer, harter Tag für die. Der wird unangenehm. Also, noch, noch, noch. Schwer, auch noch, 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 noch. Well, es ist, wenn es, wenn es gut, kann, dass es weitergehen, kann, noch weitergehen. Also, es ist schwierig, wenn man die Waffe zu verlieren kann. Wenn man einen Waffe hat, wenn man einen Waffe hat, will man, wenn man mal vorstellt, dann wird das. Das wird wirklich frustratiert für sie. Das ist nicht gut, und das ist das, was die Dominion- und Kandassianen wirklich aufgeladen. So it was very successful during the Dominion War, it was a very rock-solid platform for the Federation fleets. It also saw use post-war, interestingly enough, even though it was pretty much built as a warship. It saw, you know, its typical uses, you know, running here and there, doing border patrol, that kind of thing. But it also had a more unique role, and this was basically on account of its ablative armour. And that was in rescue, rapid response and rescue situations. If a Nova-class got in a little bit over its head, it got stuck in a gas giant or was falling into the corona of a star, then the best ship for the job was going to be a steamrunner. Something that can go into very hazardous environments, very hazardous situations, and can just tank the damage no problem. And that is something that the steamrunner excelled at. And so it was a very, very handy emergency response vessel in those post-war years. Even when it wasn't fighting, it was definitely still doing its bit and putting itself in danger and putting itself in harm's way and ultimately saving lives. And certainly, the crews of the steamrunner very much recognised this. It was absolutely beloved for its very durable design. It's very heavy armour. They were happy to go into any kind of combat situation because they knew their ships would protect them. They knew the ship would protect them and that they would come out the other end. Didn't matter how dicey or how thick the fighting was, they would get out at the end. So it really is quite an impressive design, very unusual design for Starfleet for something that is quite, really quite brutalist in many respects. It's a very, you know, brute strength, simplistic design. Sometimes the simplest solution, sometimes the... Wolltest du was sagen? Ich hab bloß ja gesagt, um bei dem Geek zu bestätigen, weil das Schiff ist als Föderationsraumschiff wirklich äußerst brutal. Das Ding ist, so wie er es beschreibt, ist das wirklich eine Föderation, die ein, wenn du es so willst, ein aggressives Schild hinstellt. Da ist ein Typ hinter einem großen Polizeischild und du weißt, der hat eine Pistole in der Hand und der schießt und soll also auch auf dich. Das ist die Steamrunner. The dumbest solution is the best solution, and that is the Steamrunner to a T. Because sometimes you've confronted with some kind of problem, whatever it be, be it a hazardous space obstacle, or be it an unrelenting enemy that seeks to destroy your very civilization. You just need a battering ram, a big hunk of solid armor, and just punch through the problem. And that is really where the Steamrunner has no match. Ja, vor allen Dingen im Kampf gegen die Borg. Das Ding, das ist wie so eine nervige Fliege. Du wirst sie nicht los. Ja. Diese Endsätze, die Venomgeek gerade gesagt hat, die sind auch noch eine Hauptinspiration für das nächste Video über die Flöttenpatrouillen-Eskorte und die Aquisand-Klasse tatsächlich. Weil diese Unterstützungsrolle, die er der Steamrunner gegeben hat, da sehe ich vor allen Dingen die Flöttenpatrouillen-Eskorte drin. Sogar in den Namen Flötte und Patrouille. Es hört sich halt wirklich danach an, dass die in Sto unterwegs ist, an der Grenze und patrouilliert und gleichzeitig halt dann auch irgendwelchen avarierten Schiffen Unterstützung leisten kann. Ja. Ja. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Äh, nö. Tatsächlich nicht. Ja. Dann würde ich sagen, dann war es das erstmal wieder und wir sehen uns dann irgendwo da draußen wieder. Bis dahin. Tschaußen. Tschaußen. Im Übrigen, jedes Mal, wenn ich das Thumbnail von der Akira-Klasse sehe, kriege ich so ein Dominion-Wars-Feeling. Einfach bloß, weil ich eine Roster auf dem Thumbnail ist. Das ist ein, 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 das